Okay, wir fangen jetzt mal ganz entspannt an. Let's go. Let's go. Rodri, Champions-League-Held. Okay. Ja, bis jetzt geht mehr. Wow, okay. Pedri nehme ich absolut mit. Und Trapp im vierten. Also Pedri, Gänsehaut. Pedri, Gänsehaut. Über 500k. Geil. 92k Saliba. So. Tres Degen. Digga, was? Hey, ganz kurz. Chat. Theo. Geil. Erster Pick. Theo. Theo ist stark. Theo ist stark. Der hat uns gerettet. Aber der Rest ist ja bodenlos. Der Rest ist ja Katastrophe. Ich will so ein Raphael Leao oder so. Come on. Was? Da sind mir zu viele bereits im Besitz. Da sind mir zu viele bereits im Besitz. Zweimal Frankreich. Ja, okay. Der kann sie. Warte mal. Ich glaube, Saliba habe ich schon. Saliba habe ich schon. Ich glaube, Saliba habe ich schon. Welche Franzosen sind noch drin? Theo? Ach, scheiße. Klaus. Aber Klaus habe ich auch schon. Klaus habe ich auch schon. Warte. Saliba und Klaus habe ich beide. Die können es nicht sein, die beiden Franzosen. So, Mats haben wir schon. Den haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Hier, Klaus. Schau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist das jetzt? Benze oder Mbappé? Warte mal. Wir machen. Also jetzt schon egal. Es geht ja gar nicht. Es ist Benze. Es ist Benze. Es ist nicht Mbappé. Aber es ist ja ein gestörter Pick. Das ist ja ein gestörter Pick. Benzema und Griezmann im zweiten Pick. Wir nehmen Karim. Wir nehmen Karim the Dream. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Boah. Drei Spieler bereits im Besitz. Franzose können wir eigentlich direkt aufdecken. Ist Saliba oder Klaus? Das ist Frimpong. Können wir auch aufdecken. Das ist Klaus. Nein. Okay. Wir bleiben ganz kurz ruhig. Wir bleiben ruhig. Es kann natürlich auch Theo oder Benzema wieder sein. 94 Euro. Bitte Griezmann. Bitte. Nein. 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 Letzter Pick. Theo haben wir schon. Wir müssen Fofana mitnehmen. Die haben auf jeden Fall schon mal richtig gegönnt. Let's go. 50 K-Pack. Alter Bussi, Mann. Erstes 125 K-Pack. Toni Kroos. Weiter. Weiter. Zweites 125 K-Pack. Trap. Bis jetzt kracht's. Bei den Packs, ja. Alter. 5x84. Bodenloses Pack. Darum geht's jetzt. Darum geht's jetzt. Okay. Wir gehen rein. 5. 4. 3. 2. 1. Ultimatives Tots 3 Spieler Pack. Let's go. 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 Frankreich. MS. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Abo. Abo. Alter. 3 Millionen. Und dahinter. Oh egal. Aber ein Kunku. Boah. Rang 2 auf dem RTG Account. Und das sind meine Rods. Wir fangen an mit dem Tots. Arslan. Aber ist kein Best of Tots. Goretzka. Weiß ich nicht. Oh. Nächster Tots. Brignoli. Letzter Player Pick hier. Okay. Und jetzt kommen wir in die Player Picks, Freunde. Jetzt wird's interessant. Erster Pick. Wir fangen an. Oh. Boah. Come on. Let's. Come on. Let's. Der erste Spieler. Der angezeigt wird. Oh. Mats. Oh. Theo. Mach mir ein Bananenbrot. Okay. Hm. Seko. Ah. Okay. Egal. Erster Pick. Geil. Uh. Zwei bereits im Besitz. Ja. Testegen. Seko. Uh. Frankreich immer gut. Nochmal Deutschland. Welchen Deutschen gibt's denn noch? Oh. Musiala. Musiala ist ja Wahnsinn. Ich schwör, Theo ist immer da. Einfach Musel. 2,2 Mio. Musiala im zweiten Pick. Pick. Crazy. Ultimate Tots 3 Spieler Pack. Wir öffnen aber erstmal die anderen Packs. Picks haben gegönnt. Das wär schön. Das wär schön, Celtics, ja. 125 K Packs gönnen eh nicht. Ja. Bruder. Hero. Also wirklich. Also wirklich. Bei allem Respekt ist ja wirklich nett gemeint, gell. Aber den könnt ihr euch. Also. Ja. Das wichtigste Pack. Ultimatives Tots 3 Spieler Pack. Let's go. Ja. Musel. 97. 2,2 Mio. Big. Geil, Mann. 2,2 Mio. Allein mit Musiala schon. So. Was ist noch dahinter? Pedri. Pedri auch nochmal. Abo. Ist der so teuer? Alter. Das wusste ich gar nicht. Okay, wir gehen rein. Let's go. Gönn. Oh. Nehme ich. Mit Kauze. Was ist das denn? Alter, der krasse Werte. Okay, jetzt gönn. Ja, okay. Weiter. Okay. Jetzt. Schade. Egal. Jetzt kommen erst die interessanten Packs. Okay. Wir gehen rein. Wir machen R3 Pick. Scheiße. Der erste ist Testing. Verfahren ab. Uuuuh. Uuuuh. Dazu sag ich nicht nein. Dazu sag ich nicht nein. Vor allem der passt auch, glaube ich, perfekt rein. Eins in den Chat, wer den Chat Pick haben wollt. Könnt doch dann gleichzeitig erstmal ein Follow da lassen. Würde mich freuen. Und ihr sagt mir, welche Nummer ich nehmen soll. Okay. Ich schau nur in den Chat. Erzähl mal. Welche Nummer soll ich nehmen? Haben wir Päcklack? Eins in den Chat, wenn nicht Päcklack hat er jetzt bei dem Pick. Oha. Alle sagen 2. Oha. Alle schreiben 2. Tschüss. Abo. Also ich hatte Päcklack. Also ich nehme die 2. Okay. Pass auf. Ich nehme blind die 2. Ich vertraue euch. Einmal nach rechts. Und jetzt müsste ich es haben, oder? Bin ich drauf? Bin ich drauf? Ich nehme X und dann, glaube ich, hoch. Und nochmal X. Abo. Quatsch. 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 Okay. Krass. Wow. Sehr, sehr krass. So. Wir öffnen jetzt noch die Packs, Freunde. Für 18 Siege. Lose. Nein. Ich bin zufrieden. Absolut. Haben wir auch geschwitzt. Dreier-Set muss halt jetzt noch gönnen, gell? So. Okay. Wir gehen rein. Mindestens 96 in dem Pack. Ja oder nein. Kanal.wette läuft. Und jetzt nochmal gut Kick in das Tradable Pack. Vamos. Es ist nicht Musel, Alter. Es ist nicht Musel, Chat. Es ist nicht Musel. Klaus und Frimpong dahinter. Oh mein Gott. Oh mein Gott.